Im heutigen Video haben wir einen mit Chamber aufgespielt, der wurde ja ein bisschen gebufft, seine TP-Range ist von 13 auf 18 Meter hoch. War okay, Operator hat auf jeden Fall gut auf ihm geschmeckt. Falls euch das gefällt, gerne ein Abo da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß in dem Video. Ah, er hatte auch einen Judge, war nur fair. Okay. One top mid, one more middle. Last middle. Ah, da wollte ich wieder zu viel. Da wollte ich wieder zu viel. Neon top mid. Let's play main, play main. Let's play main, go lurk. Go lurk, go lurk. They are gonna throw everything on main. Yeah, go play lurk. Let me any on here. Go lurk, yeah. Yeah, just smogs hit, just smogs hit. Oh, give me that. I need that Ace. 120 Breach. Now run away. Resulted, resulted, resulted. I want to one, I'm wrong. Oh my God. Oh, das wäre so clean gewesen, das Ace, man. Good alert. I'm glad you back, man. What? On top mid. Nein, hä? Mein Crosshair ist in seinem scheiß Gesicht. Und wenn es auf seiner Brust ist. Nice, Faber. One more, one more. Nice. Uh, two, two. Oh, KO and Sova, where I'll be. I can shock the one. 50 on Judd, nice. Oh, Gecko. Oh, Gecko. Fuck, I didn't know you ducked, right? Ich bin auf der Kohl. Spike down A. Revealing. Revealing. Journey. We don't know about Biker. I'm revealing backside. There's one more A-ball. What are they doing? We're outlaw. Save the backside. One more backside. Journey. One more city. No, 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 it's Harry. The whole team knows how to change. I have to change the name. Three steps. Der war nicht drauf. Der war nicht drauf. They went to mid. Up here. Wahrscheinlich, ja. Der kommt wieder. 100%. I'm not here. Ah. Nice, man stark. Defuse, I hold. He crossed to B. The chamber. He crossed to B. The chamber. Chamber is here. Spike planted. I can ult. Oh, he's aggressive. I give him a headshot. Follow me. I'll handle this. You want two, four, 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 four. Oh, no, no, no. It's a GG. I'm back. Cutting through. My portal. One enemy remaining. Cutting through. Nein. Warum ist da nicht der nächste Nini defuse? Ja, okay. Ne, ne. Nini defuse ist bisschen übertrieben. Aber es wäre ein schöner defuse gewesen, ja. Ich gehe damit raus. Warte. Guys, go, 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 go. Ja, schau. Gar nicht böse gemeint. Verwannschau. You're done. One enemy remaining. Cutting through. Fake teleport. Nein. Nein, diese Ecke war eigentlich ganz geil. Do you have anything, Sora? No, sick. Oh. Man, er redet nicht und er blockt nicht. Bitte. Ich frage ihn sechsmal, ob er was hat. Wer war das? December. Ich bin wieder vom Sora geblockt. Mann. I have the spike. Was ein Bastard. Wirklich. Ich bin noch schnell. Ich bin noch auf ein. Ich kann mit meinem Geigkeiten. Ich bin noch an. Ich bin noch vor. Man gehts. Jetzt rein, hinten. Ich bin noch. Ich bin noch nie. Ich bin noch nie. Ich bin noch nie. Wirklich. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. was bist du denn für einer was ist denn da passiert ich habe richtig getan das mit dem ich habe leider für 126 nur gehittet er hat aufgehört nein weil er vertraut nicht warum er muss doch so oder so vertraut das so war so viele sachen die mich nerven gerade an ihm wir verlieren diese runde auch wieder so walter bitte er geht backside piken nein ja okay aber das waren doch runden die waren free das war ja einfach nur genommen und weggeschmissen muss hier ein garage sein oder auch jetzt wichtig die neon ist gesleidet und ist einfach in mir drin stark gewesen ein mittel ich habe über die die jet der mittel ist so was ist das clean ich spiele auf den kontakt sehr schön so habe ich vielleicht erst sieben schuss gebraucht aber war clean ich werde von irgendwo gewollbank ich fressen bilsen die gehen zurück zurück ne er hat sich umgedreht er hat sich umgedreht weil ich einmal gesteppt habe also ich bin halt runter gesprungen jetzt so von vorn ja ich habe ihn von vorne geneift gehittet und dann rechtsklickt und dann die weipe auch rechtsklickt ja es hat spaß gemacht das spiel nichts gemacht one grass ist so dumm man ich denke die piken nicht mehr mitte weil ich denke jetzt weil die operator sehen smile bad ich wollte mir waffe holen die sind schon raus oh mein gott wie viel movi ich habe reload und die sind schon raus jett hat das nice guys gg guys geil der tag hat spaß gemacht ey holy shit ich mein klar war jetzt ein 5 5 aber es hat bock gemacht